Hallo ihr Lieben, ich bin Renate und das ist unser Rampenkater Sammy. Der mag gerne immer mit dabei sein, ne Sammy? Ja Sammy? Ja ich weiß. Wir haben die Goodie Box bekommen und die Goodie Box Crush. Die Goodie Box, die kommt monatlich im Abo und die Crush, die kleine, die kommt alle zwei Monate. Da ist dann dekorative Kosmetik drin. Hier mehr so pflegende Kosmetik. Wir packen also zuerst mal die große Goodie Box aus. The Classic One heißt die. Und Caroline schreibt, ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Alles Liebe. Das schreiben die immer, egal welcher Name da steht. Ich glaube nicht, dass das extra für mich. So und dann ist ein QR-Code auf der Rückseite und mit dem müsste man dann sehen können, was so drin ist. Und was es kostet und was es bewirkt. Schauen wir mal. Gatteschen schnucht, ne? Ja du bist ein guter Junge. So er sucht, er sucht. Bei Goodie Box steht schon mal da. Nö, Sammy. Ja. Füllchen. Füllchen. Juli, da ist sie. Auspacken. Genau. Auspacken. Auspacken. Ah, jetzt fängt er an zu suchen. Gut. Dann füllchen wir mal auf. So, das raschelt aber toll, ne? Ich sehe schon was von Mattmasken. Ja, ich weiß. Entdecke alle Produkte. Ja, erzähl mir alles, mein Kleiner. Mhm. Unser Rampenkater. Da kommen die Produkte. Hoffe ich. Das ist ein leeres Feld. Ich sehe ein leeres Feld. Und da steht sie die anderen Produkte dieser Box an. Nächste Produkt. Vielleicht gibt es ja ein Produkt, das wirklich da ist. Mhm. Das ist genauso leer. Das hat ein wenig geklappt. Okay, ich versuche das dann nachzureichen. Frühere Unboxings nutzen leider nichts. Wie gesagt, ich versuche es nachzureichen. Die Preise. Pech. Also, wie gesagt, hier ist Mattmasken. Eine Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Also eine Maske, die man abends aufs Gesicht macht und die dann in der Nacht die Haut hilft zu erneuern und Feuchtigkeit gibt. Ja. Repairing, Hydrating, Rejuvenating, Smoothing und Protecting. Also alles gute Sachen macht die Mattmasken. Ja, wir hatten schon etliches von Mattmasken und das sind wirklich gute Sachen. Dann als nächstes Produkt haben wir von, das kann dann klingen, Kueschi. Ich glaube es heißt Kueschi. Soothing and Refreshing After Sun. Also, oder Apres Soleil steht ja auch. Nach der Sonne, nach dem Sonnenbad macht man das drauf, damit die Bräune erhalten bleibt und die Haut nicht so viel Feuchtigkeit verliert. Also, es ist wirklich so. Braun werden bedeutet eigentlich für die Haut, dass ihr das nicht gut getan habt. Ne? Braun ist nicht gesund. Es sieht ja immer so toll gesund aus. Ich möchte ja auch immer braun werden, aber ich werde hier nicht braun. Aber braun werden ist eigentlich eine Abwehrreaktion des Körpers und ein Sonnenbrand ist ganz böse. Ich glaube es heißt, dreimal oder fünfmal Sonnenbrand, der Hauptkrebs liegt sehr nah. Also immer sehr vorsichtig sein. Gut eincremen, wenn man in die Sonne geht. So, steht das auf Englisch da? Also nach der Sonne. Meine Güte, so winzig, wie das hier steht. Es ist von Kueschi. Kann ich denn wenigstens lesen, wo die her sind? Naturals. Nein, kann ich nicht lesen. Wir werden es herausfinden, ne Sammy? Irgendwann demnächst. So, dann haben wir Sunscreen. Das ist Sonnenschutzfaktor 30. Das ist bestimmt fürs Gesicht so eine kleine Menge. Scan hier. Ja, wir haben einen eigenen Scan. Meine Güte, noch kleiner kann man kaum schreiben, ne? Soll ich dir mal eine Lupe geben? Wir haben ja letzte Woche mit Freunden Trivial Pursuit gespielt und die Fragen auf den neuen Spiel von 2017, die sind so klein gedruckt, dass du das gar nicht lesen konntest. Ich konnte es prima lesen. Aber siehst du, du brauchst doch eine Lesebrille. Ne. Doch. Da war der Beweis nämlich. Achte. Machen wir mal hier den Scan. Bis da. Was steht hier? Ja? Schätzchen, Maus. Ich hab nichts für dich. Und du bist ja mein Süßer. So ein Süßer. Sonnenschutzfaktor. Ja, hier steht. Lille-Kanin. Lille-Kanin. Sonnenschutzlichtschutzfaktor 30. Alle 20 Minuten vor der Sonnenexplosion eine großzügige Menge. Nicht Explosion. Vor der Sonnenexposition, also bevor man rausgibt. 20, alle 20 Minuten eine großzügige Menge Sonnenschutzmittel auftragen und einziehen lassen. Regelmäßig auftragen. Lammenschutz. Naja, wie üblich, ne? Meide die Sonne zwischen 12 und 15 Uhr, wenn die Sonneneinstrahlung besonders stark ist. Halte dich im Schatten auf. Säuglinge und Kleinkinder dürfen nicht dem direkten Sonnendicht ausgesetzt werden. Und ich bin jetzt noch froh, dass ich damals, mein Kind war das Einzige, das Einzige am Strand in Belgien und in Deutschland, was ein T-Shirt anhat. Ja. Wurde damals ein bisschen ausgesagt, aber mein Kind hatte niemals einen Sonnenbrand. Jetzt ist ein kleiner Rothaariger gewesen. Jetzt ist es ein großer Rothaariger. Ja, eine Sonnenschutzcreme von Lille-Kanin. Nie gehört, aber schön. Dann haben wir hier Hair Cleansing Wipes. Haarwaschtücher. Das haben wir noch nie gehört. Cleanse your hair without water. Also reinige dein Haar ohne Wasser. Hier kann man, also ich kenne ja schon allerlei Tücher, aber Haare, Tüchen, gut. Made in Korea. Travel friendly. Also kann man mit auf die Reise nehmen. Ist da noch was drin? Das passt ja doch gar nicht rein, Schatz. Was macht man damit? Ja. Ja. Mit diesen smarten Tüchern können sie ihr Haar ohne Wasser und Shampoo reinigen. Sie absorbieren beim Abtrecknen der Haare sowohl Fett als auch Schmutz. Na, da sind wir mal gespannt. Das werde ich ausprobieren. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne Trockenschampfen, ja, aber was möchtest du, Schatz? Aber markieren möchte er. Aber Haarwaschtücher, das ist mir mal von Mikuha. Natürlich Made in Korea. Wir haben wirklich tolle Kosmetikprodukte in Korea. Das muss man sagen. Und dann haben wir noch eins. Das ist von Dr. Botanicals Aloe Vera Augenserum für trockene Haut. Das ist auch was für dich, ne? Aber du hast noch, ne? Was? Augenserum. Aber das kann man wirklich immer brauchen. Das für die Augen. Also das sind dann die Produkte. Offenbar gute Produkte. Und ich wüsste auch wirklich gerne mehr dazu zu sagen. Ein Versuch starte ich noch. Bing. Bing, bing. Kann ja sein, dass es dann klappt. Eins, zwei, eins. Musst du nochmal neu den Kuatrot einlesen? Habe ich gerade gemacht. Ach, der hat auf beiden Seiten die Öffnung. Wie lustig. Diese Schubladenboxen, die sind einfach toll. Man kann die auch zusammenkleben. Da sind richtige Moppe-Kiste draus machen. Zwei nebeneinander, drei übereinander. Und die natürlich schön kleben. Ich weiß, ich habe euch versprochen. Ich mache mit euch das im Bastelzimmer. Wir sind einfach nicht dazu gekommen bisher. Wir sind zu nichts gekommen, ne? Haben sie immer mit anderen Sachen vergnügt. Entdecke alle Produkte. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir vorhin schon mal waren. Na, du kleine Schimpfer. Und es steht immer noch nichts da. Da müssen sie aber noch dran arbeiten. Da müssen sie wirklich dran arbeiten. Dann siehe die anderen Produkte in der Box. Nächste. Nächste. Na, kommt nichts. Tut mir leid. Ich werde es später versuchen. Aber ihr müsst da nicht so lange warten. Jetzt kommt noch die kleine Crushbox. Ganz süß mit Mond und Sterne und Saturn und so. Vielleicht klappt die ja. Wer weiß. Und das hat Stefan gepackt. Liebevoll. Per Hand. So, Stefan. Vielleicht hat das bei dir besser geklappt. Ne? Mäuschen. Ganz gerne. Ping. Zur Website. Hörst du den Wind? Bei uns soll es nicht regnen. Der hatte vorhin bei Radio Erft, habe ich gehört, der Sprecher sagte, oh, Gewitter und stürmisch und Regen. Aber nicht im Rhein-Erft-Kreis. Das zieht über uns hinweg. Regnet sich vorher ab und nachher. Nur bei uns nichts. Blöd. Ja, aber es soll auch richtig so unwettermäßig sein. Nicht blöd. Gut. Ich möchte nicht vorige. Ich möchte nur die kleinen Boxen haben. Ach, die Crush. Es ist die Crush. Gut. Auspacken. So, entdecke alle Produkte. Spannung. Wird es wohl diesmal klappen? Nein, es wird nicht. Da sind sie konsequent. Wenn das eine nicht, dann das andere auch nicht. Okay, ich werde das mal im Auge behalten. Ja, gib mir mal Katzen. Meinst du die? Ja, und dann gibst du mir die zwei Codes. Oh, du glaubst, ich bin zu blöd. Nein, du bist nicht zu blöd. Ich habe keine so langen Arme. Ich komme mit dem ganzen Tisch hier an. Warum sagst du immer, du wirst blöd? Ich hoffe nicht, dass er dich so blöd ist. Ich habe gesagt, du hältst mich zu blöd. Weil du überhaupt nicht wahrnimmst. Warum würdest du es jetzt sonst versuchen? Ja. Aber umgekehrt wäre es genauso. Ich würde dann auch sagen, gib mir mal. Gib mir mal, ich schaffe das schon. So, wir haben also einen Pinsel von Niree. Tapered Detail Nummer 153. So. Und der ist schön. Und der ist aber wirklich schön. Schön festgepasst. Gemült Pinsel. Dann haben wir von Matt Musky. Was ist es denn diesmal? Glowy Illuminating Blush Drops. Also Blush und Highlighter in einem. Ich mache das mal auf meine Hand. Denn auf meinem Gesicht habe ich... Wow, 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 wow. Mhm. Aber lässt sich schön verblenden. Das kann man bestimmt gar nicht sehen in der Kamera, ne? Könnte ja eine Lage drauflegen. Das mag ich. Aber das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich mache mal eine richtige Lage hier drauf. Ich hoffe, vielleicht sind in der Box gar keine Produkte drin. Dann habe ich Glück gehabt. Bei mir sind welche drin. So. Jetzt müsste man aber was sehen, oder? Es ist wirklich so ganz zahltes Rosé. Peach Rosé. Und viel Glow. Ja, funktioniert nicht. Ich weiß. Ja, es zählt in einer Ehe. Da. Vergleich mit der anderen Hand. Ja, ich habe ja noch einmal mein Glücksarmband. Da habe ich ja von meiner Freundin mit einen riesen Blumenstrauß im Ostag bekommen. Und das heißt, wenn man das anzieht, muss man sich was wünschen. Und dann muss man das dran lassen, bis es irgendwann von alleine abfällt. Und man wünscht sich sinnvollerweise irgendwas, was in Erfüllung gehen kann. Also nicht Weltfrieden oder sowas. Das wird nicht passieren. Ah, jetzt ist es schon eingetrocknet. Oh, wie schön, ne? Jetzt habe ich natürlich eine sehr plushy, glowy Hand. Aber ich wollte auch, dass man sich das von sieht. Schön. Mag das. Sieht fast aus, als wäre ich braun, ne? Bin ich nicht. Wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, fürchte ich. Ich vergleiche schon immer mit meinem Bauch, der ja keine Sonne bekommen hat, und gegen meine Arme. Ja, so ist das. Also das gefällt mir ausgesprochen gut hier. Das ist von Tees. Wenn es ein Lippenstift wäre von Tees, dann würde ich den schon direkt aufbewahren für die liebe Irene. Aber es ist kein Lippenstift. Es ist Cold Clash Eye Pencil. Ist der blau? Ich glaube, der ist so raufblau. Ich mache das mal hier oben. Ja, so grau. Ein schöner Ton. Und schön weich. Sehr schön. Mag ich auch. Kann ich auch. Und dann haben wir noch von Gosch, was dreifadig ist. Trio Eyeshadow. Von Gosch. Das ist grün und gelb und blau. Blau-lila. Gut. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Obwohl. Passt. Das grün und das gelb wird schon passen, ne? Aber es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt keine Farben passend hierfür. Ich habe ja was auf den Augen, was ich dazu ausgesucht hatte. Tja. Aber wird schon passen. Ja. Okay. Also. Liebe ich. Liebe ich. Liebe ich. Mh. Naja. Aber es scheinen schöne Schimmerfarben zu sein. Insofern. Doch. Doch. Sollen wir die mal prüfen? So als letzten Akt beim Filmen heute. Also hier ist so eine Art Heißverschluss. Ah hier. So geht's auf. Ja ihr Lieben. Ich sag's jetzt nochmal. In einem anderen Video habe ich schon gesagt. Wir werden den Kanal nicht monetarisieren. Wir machen das nur aus Spaß. Und nur dann, wenn wir Zeit und Lust dafür haben. Und wir freuen uns. Wir haben da jetzt nicht wirklich den Ehrgeiz. Hier zum großen Kanal zu werden oder sowas. Aber wir freuen uns natürlich sehr über die. Über euch liebe Leute. Wirklich die ihr uns zuguckt. Die ihr uns Daumen hoch gebt. Und liebe Kommentare. Konstruktive Kritik natürlich auch. Beleidigungen habe ich nicht ganz so gerne. Ja. Daumen hoch freue ich mich. Abo freuen wir uns. Wie gesagt. Ich habe nicht den Ärgern jetzt irgendwie ein großer Influencer zu werden oder sowas. Aber natürlich freue ich mich über die Anerkennung. Wenn dann ein Abo da lassen wird oder Daumen hoch und so. Ich mache jetzt. Oh der ist so richtig grau-blau hier. Schimmer. So ich mache das jetzt mal auf meinem Arm. Wenn man da oben. Dann der. Wow. Hast du das gesehen? Das sind Schimmerfarben. Gut. Ich freue mich doch darüber. Jetzt schimmert mein ganzer Arm. So kann man aber nicht vor die Tür gehen. Man muss doch den anderen Arm auch noch machen. Oder so. Moment. 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 Wischstuch hier. Ja. Ihr Lieben. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Für alles was ihr so macht. Abo. Daumen hoch. Kommentare. Ich werde mich bemühen auch endlich bei den Kommentaren wieder beizukommen. Und ich weiß wir müssen noch auslosen. Und ich weiß wir haben noch viel zum verlosen. Da kommt Zeit rum dran. Ich habe auch versprochen, dass wir im Bastelzimmer basteln werden. Ja. Ich bin nicht mal so dazu gekommen zu basteln. Außer für eine Karte. Zwei Tage. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Leute es schaffen, dabei noch arbeiten zu gehen. Wir sind schon Rentner und kommen nicht. Tja mit der Zeit. Naja. Oh Sammy. Hörst du jetzt mal auf. Sammy schimpft. Der hat jetzt gesagt, es reicht jetzt. Ist genug. Ja. Ihr Lieben. Ich danke euch jedenfalls für alles für alles. Und ich mag euch alle. Bleibt bitte gesund und bis demnächst. Miau. Miau. Ciao. 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 Ciao.